Sooo, da sind wir wieder. Ja, das ist viel Lager. Und Feuer. Und andere Dinge, die dich zu sterben können. Wir sind gerade nie geschafft am Abhauen. Vor allem die Bösen, die wir nicht haben. Äh, Hände in die Luft! Fahr dir ab! Juhu! Und Abfahrt! Nein! Äh, Alter! Juhu! Oh nein! Oh Gott! Uh! Oh nein! Das war krass! Eieieiei! Okay, sooo, ich bin nicht der einzige, die sehen, dass wir aus der Straße gehen, richtig? Nein? Nein! Hier ist der Schalter! 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 Oh, Arms! Don't fail me now! Habe ich Instant Game! Habe ich Instant Game! Wow! What the hell? I thought something bad was gonna happen there, but I guess everything's gonna be... Woah! Gammt! Gammt! Nein! Oh man! Was zum Teufel? Äh, Axel? Olivia? Ruben? Ruben? Oh oh! What the hell? No! Hang on, Ruben! Mein Schwert würde dich töten! Und nochmal! Tschüss! Ruben! Come to me! Genau. Und kann damit zurückschießen? Oh fuck. Und... In your face. So, wo geht's? Aber wo sind die anderen? Oh nein. Nein... Verdammt! Oh-ho-ho-ho-ho-ho. Oh-ho-ho-ho-ho... Hallo, wie geht's dir? Guten Morgen, tschüss. Hallo, Jungs. Was geht? Absolut. Ist das richtig, Ruben? Ja. Der Fischer getötetet, Mann. Das ist richtig. Ruben! So, kommen wir jetzt hin? Alter, komm weiter. Nein. Kannst du dich in deinem Körper schrauben? Ja. Ich weiß, weil ich es gerade gemacht habe. Über fünfmalen. Wow. Schau mal an diesen Ort. All diese Straßen convergen an diesem Punkt. Du kannst wahrscheinlich von hierher in der Welt kommen. Da ist der Portal. Das ist, was Gabriel sagte. Das ist unser Weg raus. Schau. Es muss zurück zur Grundlage führen. Die Grundlage ist auch, wo die Kreatur ist. Schau. Er ist richtig. Wir haben keine Ahnung, was wir im Weg gehen. Es könnte gefährlich sein. Es könnte gefährlich sein. Das ist übergefährlich, Mann. Danke, dass du so wachst, Axel. Okay. Ich gehe jetzt. 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 Das ist nicht das, was ich sagte. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Na, wenn du absolut wachst. Du, 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 du. Na, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich glaube. Schau. Danke, Jesse. Jump. Ja, ja. Komm, 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 komm. Ah, nee. Ich kann doch nicht. Doch, 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 doch. What the... Oha. 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 Ich lebe noch. Oh mein Gott. Ich habe mir in die Hose gemacht. Okay, not what I was expecting. Ich dachte, ich komme hier in so eine fette Festung, Mann. Ich habe mich schwer, alles gut. Tschüss! Ach Quatsch! Ja, er ist, er ist, er ist tot tot. Ja, er ist fast geworden. Es ist gefährlich, wenn es so ist. Das ist ein Blödsinn. Nein, Eivor hat gesagt, dann vielleicht das ist der Tempel. Ich bin sarcastisch. Axel, komm mal. Er muss irgendwo sein. Er muss hier irgendwo sein. Ja, das war das, was ich dachte. Ich war mit dir, also... Ich weiß nicht, was du sprachst. Wir müssen... Äh... Schelter. Ich wollte sagen, Schelter. Ich sage, wir bauen ein Triehaus. Das wird für immer. Das ist geil. Ich bin für ein Baumhaus. Lass uns ein Baumhaus bauen. Okay. Okay. Sehr gut. Lass uns ein Baumhaus bauen. Pluck, 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 pluck. Ha, 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 ha. Ja, das ist gut so. Das ist, das ist gut. Es ist gut. Es sieht gut, Leute. Ach ja. Es ist auch mal chillig. Schön auf unserem Baumhaus hier. Mit ein bisschen Hitze. Und Ruben. Lukas geht sich gut. Oh, Mann. Was? Was? Ich werde dir etwas erzählen. Du musst dich nicht sagen. Was ist das? Ich habe Cookies. Ha, ha, Cookies. Komm zu der dunklen Seite. Wir haben Cookies. Eine für mich. Eine für mich. Eine für Jesse. Eine für Jesse. Danke, Axel. Und eine für Ruben. Lass ihn auch ein aufgeben. Sorry, Lucas. I only have four. Oh, no. It's, it's alright. I'm not that hungry anyway. Komm her. Das kann ich mir nicht angucken. Take it, Lucas. No. No. I... I can't do that. Komm her. I insist. Thank you, Jesse. Ich bin nicht böse. Auch wenn ich Cookies mag. If you had to. Which would you rather fight? A hundred chicken sized zombies. Or ten zombie sized chickens. Ha, 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 ha. Choose wisely. Ha, ha, ha. Ah, that's a good one. What do you think? How can you guys joke at a time like this? Petra is still out there. She's all by herself. There's nothing fun about that. Petra wouldn't mind at all. She'd want us to keep our spirits up. If I were her, I... I don't know. It feels wrong. Fine. And, uh... We should get some rest. We've got to start looking for this temple as early as we can. Now, my guess is if we start at the portal and kind of split up. Oh, what are you doing? Can I do something to you? I'd really like to know. Because you keep getting on my case for what seems like no reason. We'll figure it out in the morning. Maybe you're right. I'm... I'm pretty exhausted. Jesse means us. Not you. Axel, we'll figure it out in the morning. You're the only one wearing that stupid jacket. Don't tell us what to do. Take. That. That. Can't. Wouldn't. You know what? I get to wear this jacket because I know how to build. But that doesn't mean I don't know how to break things. Your threats don't scare me now that we know how you really are. Jesse, your friend is way out of line. I wasn't going to bring it up. But I can only take so much. Leave Axel alone. You don't think he's over the line? He's on it maybe. He's not over it. You know, of course you take his side. Uh, yup. The right side. How would you done enough damage for one day? Petra might be dead because of you. You're taking this too far, Axel. I don't have to take this. Listen. Why don't I just leave and let you guys hash this out? You can't leave. It's dangerous out there. I can take care of myself. It's what Axel wants, right? Let him leave if he wants to leave. You're not going anywhere. But Jesse. That's enough. We're all on the same team now. He's staying. You know. Zombie-sized chickens. That's what I would find. Why is that? Because I'm starving. Of course. Yeah, it starts to rain because we are a... Bauerhose. Thanks for keeping me around, Jesse. Yeah. ... Läuft grade nicht Idee. Mπάle noch Probleme? Eine nach der anderen. Aber hey. Ein neuer Morgen. Lass uns durchstarten. Wie dass du geile Mucke. Tedetatadote.. Oh, is der Steinbrott? Ach, Axel und Luca seien. Die beiden streiten sich ja noch. Sweet! Axel wird drüber wegkommen. Kein Thema. Komm! Oha! Oha! Yeah! Klettern! Crazy. Aus wie ein kleiner Tempel. Hm, sollten vorsichtig sein. We should head in, but let's be careful. What is this place? That's what we're trying to figure out. It's the Tempel of the Order of the Stone. Stimmt, this is the symbol. Lucas, are you sure? He's right, look! Holy crap! Do you think they're in there? Let's go in and find out. It looks not so confident, but... Let's just all be careful. Okay. If you spot anything, call it out. We don't have a lot of time. Isn't it weird how dispensers are carved to look like spooky little faces? What do you dispense, little guy? What do you think? They're falling, man. I get the feeling that we don't really want to find out. Get behind me. Oh, I think it's like falling on the ground. Oh, that's right. I think it looks like falling on the ground. Oh, that's right. Das ist wahrscheinlich nicht eine gute Sache. Oh, komm, Dispenser Faces. Ich dachte, wir waren Freunde. Run! Good model? What the hell? Wir sind verletzt! Wir haben die Dispensers mit der Pressure Platte geöffnet. Wenn wir das wieder herausfinden können, dann wird das wieder wegschrauben. Es gibt eine kraftwerke, vielleicht können wir etwas benötig machen. Out of what? Wir haben nichts. All unsere Tools und Materialien sind nach Hause. All right, alle. Empte Ihre Pocken. Mal sehen, was wir haben. Ich habe ein paar Stücke lefte, von der Beobachtung. Ich habe eine Flinte, und ein Stück von String. All I have, sind ein Chicken Feathers, ich habe nach dem Chicken Machine explodiert. Ja, ja. Bogen und Pfeile. Ja, ja. Bogen und Pfeile. So, ich, äh, muss ich ehrlich bestehen. Oh, ich weiß nicht mehr, wie man die Bogen baut. Äh, Pfeile, Angel, Bogen. Oh, super. Ach komm, wir haben die Bogen. Oh, du hast da die Bogen. Oh, der ist falsch gelegt. Oh, der ist weg, und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Und weg. Die Bogen. Und weg. Und weg. Und weg. So, den haben wir. Dann brauchen wir noch einen Pfeil. Da sind wir unten. Und arbeiten wir nach oben. Ein einziger Pfeil. Pfeil, ey, ey. Und... Treffen wir das? Ha, sehr gut. Klack auf den nächsten. Ah ne, wir machen das schon. Läuft doch ganz gut. Krass. Lukas ist groß. Ich bin nicht sicher, wie es ist, aber definitiv interessant. Es gibt viel Geschichte in diesem Raum. Hm, das trifft uns jetzt nicht so weiter. Hä, ein Buch. Oha, das sieht ziemlich heilig aus. Vielleicht können wir unser Schwer verzaubern. Oha. 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 Oder fungstet. Oha, der Fungstel. Wofür ist, die, Sie werden ausdrücklich sein. Sie werden den Augen schlafen. Eivor war ein Mitgliedsstaat der Order der Stone. Die Geschichten den Namen nicht zu erinnern. Das ist so... ... JERH. Oha. Das könnte erklären, warum Eivor so ein Brücken gegen Gabriel. Sie haben uns getan. Sie haben den ganzen Menschen getan. Warum hätten sie das tun? Mann, ich kann es nicht glauben, dass du einen Mitglied der Ordnung der Steine schraubst. Das ist so verrückt. Die Ordnung könnte nicht sein, was wir dachten, aber Petra ist noch da draußen. Das Monster ist noch da draußen. Jesse ist richtig. Wir müssen uns auf was wir hierher machen müssen. Wo gehen diese Stärken hin? Ja, wo führen die Stärken hin? Ich würde sagen, nach oben, aber wir finden es einmal raus. Mit Ruben zusammen natürlich. Unserem kleinen Schweinchen, Freund, Tier, Pet. Jetzt ist es ein lauses Auge. Wow. Was ist mit den Stärken passiert? Mehr als was mit diesem ganzen Ort passiert. Ah, wurde eingegroben, ne? Krass, da haben wir die Karte lange gemacht. Gabriel sagte, dass, wenn wir das Tempel finden, das Amulet würde uns in der Ordnung der Steine führen. Na, was hast du für dich erwartet? Lass es dann raus. Oha. Ist etwas, was zu passieren muss? Das war ein Verletzt. Es muss sich etwas haben, was wir missen. Schau dich um und siehst, ob du etwas finden kannst. Wo reinlegen, oder so. Ah, komm mal hier vorne. Das ist ein Podest. Das ist genau das Symbol drauf. Na, können wir es reinlegen? Es ist das gleiche wie das Amulet. Ah, verwenden wir das Amulet, komm. Ah, das macht Licht, oder? Krass, ey. Na, Lukas, was geht? Findet du etwas interessantes in diesem Buch? Das nur was, was ich so weit gefunden habe, ist, dass das Amulet verwendet wurde, um die Positionen der Mitglieder der Ordnung zu vertreten. Und, wie betrifft es es, wie? Es ist weniger technisch und mehr historisch. Es hilft uns also nicht so weiter, mein Lieber. Ich glaube, dass wir mal du und Nivea fragen sollten. Wir sind im Tempel des Ordens der Stöhne. Der Ordens der eigentlichen Tempel. Juhu! Wer hätte es gedacht, hm? Ein paar kleine Stadtteile wie uns, in einer Erinnerung wie dieser. Ja, das ist ziemlich verrückt. Ich hoffe, wir kommen alle von der anderen Seite in einem Stück. Ja, das ist schon geil. Oh, vielleicht hat Ruben eine Idee. Ruben weiß immer alles. Ruben ist der Schlauze hier. Nicht? Das ist nicht so gut. Vielleicht hat Axel ja diesmal eine Idee. Hallo, Axel. Was schau dir? Nichts. Was immer. Axel? Axel? Ich war nur versucht, zu herausfinden, was Petra könnte sein. Ich meine, ich weiß, sie wird gut sein, aber ich war nur interessiert. Wir werden sie finden. Ich weiß nicht, wer weiß, wer weiß. Vielleicht gehört Petra auch zu den Orden. Wer weiß, wer weiß. Ah, da sind Schalter. Oh mein Gott. Jeder Schalter ist für einen einzelnen Held. Oder? Doch nicht? Gucken wir mal. Hm. Ah, ist das ein Spiel, oder? Sag mir bitte, dass es jetzt einfach funktioniert. Oh, es ist ein Rätsel. Ich bin doch so super-cheate im Rätsel. Es muss bestimmt alle leuchten. Okay, dann wieder die mittleren. So an den linken. Ha! Das ist jetzt die Lösung. Jackie hat es. Ach, fast. Sehr gut. So, jetzt können wir genau sehen, wo die sind gerade. Das wollte uns Gabriel zeigen. Das ist, was Gabriel wollte, uns zu finden. Es ist die Ordnung. Es zeigt, wo sie jetzt sind. Aber wir wissen nicht genug, wie das Ding funktioniert. Vielleicht hat der Amulet sie nur, wenn sie auf der Erde sind. Oder vielleicht funktioniert es nicht, wenn sie in der Nieder. Wir müssen weg, was wir wissen. Wir müssen weitergehen. Das Witherstorm ist noch da. Wir wissen, dass Gabriel uns etwas zu erzählen. Wir müssen uns die Ordnung finden. Wir müssen die Ordnung finden. Die Ordnung finden. Aber es gibt nur zwei Blights. Es gibt nur zwei Mitglieder. Es gibt nur zwei Mitglieder. Ich gehe nicht mit euch. Ich muss hier bleiben. Wenn ich weiß Petra, dann macht sie wahrscheinlich alles, was sie kann, um zu finden. Oha. Sie ist noch da draußen. Sie muss sein. Sie muss sein. Wenn sie es nicht macht. Nicht so sagen. Axel, Jesse ist richtig. Petra könnte sein. Gehen. Wenn es noch eine kleine Chance gibt, dass sie жив ist, dann muss ich bleiben. Gehen. Gehen. Ich werde mich auf dem Platz schützen. Das Tempel ist ziemlich großartig. Wenn wir eine Chance haben, ich werde ein paar Hilfe brauchen. Wenn, uh, vielleicht ein paar von euch mit mir zusammenhalten? Sounds like Olivia will have you totally covered während ich und Jesse sind nach Magnus. Nach Magnus? Du glaubst, das ist wirklich so, wie es geht? Wir brauchen Eligard. Sie ist der Welt's größte Enginheur. Sie wird herausfinden, die das Ding zu verhindern. Wir versuchen es zu zerstören. Und wenn es zu zerstören ist, Magnus ist der Master. Du bist ein guter Mensch, Jesse. Obviamente, die guter Sache zu machen ist, zu gehen zu Magnus. Ich... Ich denke Axel ist Eligard da, Jesse. Uh, nein. Ich denke nicht, ich habe es. Ich bin ziemlich sicher Axel ist Magnus. Jesse, der Punkt ist, du solltest du zu Eligard gehen. Es ist die klare Entscheidung zu machen. Du musst mit mir kommen. Du bist mein bester Freund, Jesse. Es sind dich und ich. Wie immer. Get ready to roll, Axel. Wir gehen nach Magnus. Wir gehen nach Magnus. Wir machen das. Olivia, du bleibst hier mit Lucas. Und du hast den Ort bereit, wenn Petra zurückkommt, okay? Okay. Aber ich mache das nur für Petra. Ich nehme es. Hey. Uh, Guys? So viele Entscheidungen. Was so... Oh mein Gott. Das seht ihr in der nächsten Folge.